Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Hell. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Crafting. In dieser Folge geht es um die Rüstung und um alle möglichen Arten von Verbänden. Das alles seht ihr nach dem Intro. So und da sind wir schon wieder, immer noch am Fishing Dock. Wir fangen an mit den Rüstungen. Die Rüstungen sind relativ simpel, schützen euch in gewissem Maße vor Angriffen und Verwundungen. Wenn ihr euch zum Beispiel mit Eingeborenen anlegt. Was wir als allererstes brauchen, sind Bananenblätter. Eigentlich hatte ich hier irgendwo welche. Hallo Bananenblätter. Macht nichts, suche uns neue. Alles halb so wild. Nehmen wir die hier. So, nehmen wir alle mal mit. Und dann gehen wir hier in die Ecke. Zack. So, die erste und einfachste Rüstung ist mit andersrum erstellen. Einfach ein Bananenblatt und zwei Seilen. Da kriegen wir nämlich die Blätterrüstung da draus. Erstellen. Das ist die einfachste Variante, die ihr relativ schnell am Anfang cashen könnt. Klären findet ihr überall. Bananenblätter sind eigentlich auch recht häufig vorhanden. Für die nächste Rüstung brauchen wir Stöcker. Zwar drei Stück. Ist eigentlich auch noch relativ schnell herzustellen am Anfang. Wir brauchen wieder unser Bananenblatt. Brauchen wir unsere zwei Learen. Und wir brauchen unsere Stöcker. Eins, zwei, drei. Daraus kriegen wir dann die Stockrüstung. So, auch die haben wir fertig. Gut. Weiter geht's. Da fehlen noch welche. Was wir als nächstes herstellen können. Wenn ihr in einem Gebiet seid, wo ihr keine Stöcker habt, könnt ihr das auch mit einem Bambusstock machen. Davon brauchen wir auch wieder drei Stück. Aus einem langen Bambusstock kriegt er zwei. Und dann geht's wieder los. Bananenblatt. Drei Stöcker. In dem Fall Bambusstocker. Und zwei Seile. Kriegt er die Bambusrüstung. Zack. Das ist schon Nummer drei. Für die nächste Möglichkeit brauchen wir Knochen. Hier habe ich hier einfach mal Windows abgelegt. Und jetzt geht's hier los. Bananenblatt. Zwei Seile. Und drei Knochen. Zack. Und wir kriegen unsere Knochenwurstung daraus. Tada. Knochenwurstung. Gut. Und die letzte Möglichkeit. Dafür muss ich mal Platz schaffen. Was wir brauchen. Wo habe ich's denn? Ich muss mal in mein Lagerkisten hier gucken. Hier. Wir brauchen Gürteltierpanzer. So. Wenn ihr für alle eure Extremitäten, die hier stehen wollt, braucht ihr natürlich vier Gürteltierpanzer. Das ist nämlich die Gürteltierrüstung. Wir brauchen ein Bananenblatt, ein Gürteltierpanzer. Und wieder zwei Seile. Also die Grundtaktik ist immer ein Bananenblatt und zwei Seile. Und dann entweder drei Sachen dazu. Wenn wir hier Stöcker, Knochen oder halt auch die Metallrüstung. Die seht ihr im Übrigen in dem anderen Video. Wo ich mich über die Metallgegenstände auslasse. Oder halt ein Bananenblatt, zwei Seile und ein Teil beim Gürteltierpanzer. Zack. Das sind's ja auch schon. Alle fünf. Knochenrüstung, Blätterrüstung, Balmausrüstung, Stockrüstung und die Gürteltierrüstung. Relativ simpel. Wie gesagt, die Metallrüstung seht ihr in dem anderen Video. Das verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Gut. Und dann sehen wir uns gleich wieder für die Verbände. Bis gleich. So. Und da sind wir auch schon wieder. Zurück für die Verbände. Für die Verbände braucht ihr grundsätzlich die Molineria-Pflanze. Das ist diese Pflanze mit den gelben Blüten, die ihr hier sehen könnt. Davon braucht ihr die Blätter. Aus den Blättern könnt ihr einen einfachen Verband herstellen. Nochmal, Blattverband sieht dann so aus. Irgendwo habe ich noch welche gelagert. Moment, ich muss wieder Platz machen. Zack. Genau, hier die Molineria-Blätter. Genau. Die können wir auch schon mal mitnehmen. Genauso wie die Tabakblätter brauchen wir auch noch. So, für den Verband. Geht ihr einfach auf ein so ein Molineria-Blatt. Molineria-Blatt. Gott. Ähm. Und kriegt da draus einfach mit diesem Blatt den Blattverband. Herstellen. Simpel. Sieht dann so aus. Damit könnt ihr grundsätzlich alle Runden erstmal bedecken. Das ist die einfachste Form von eurem Verband. Wenn ihr davon mehr braucht, stellt ihr ein paar mehr her. Ich finde das gar nicht so doof, hier so einen Vorrat an den Verbänden mitzuhaben. Wenn man auf Expedition ist, Runden passieren immer mal wieder. Ob es nur eine Gift-Gang ist oder was auch immer. Wenn ihr auf Einheimisch trefft, ihr dumm von der Klippe springt. Passiert mir auch ab und zu. Vielleicht. Ähm. Deswegen einfach mitnehmen, wann immer es geht. So. Die stapeln auch relativ gut im Inventar. Nehme nicht so viel Platz weg. Gut. Die zweite Verbandsform, die wir dann jetzt gleich machen. Ähm. Ist als erstes mal der Tabakverband. Dafür braucht ihr Tabakblätter. Die seht ihr. Tabakpflanzen. Haben wir hier auch irgendwo. Nee. Nee. Tabak. Das ist, äh, diese Pflanze erkennt ihr an diesen hell, hell, roh, also weiß bis hellrosa Blüten. Neh. Ihr seht hier auch schon Anti-Viviner-Eigenschaften. Ähm. Anti-Vivinen heißt, äh, gegen Gifte. Also Anti-Venomen könnte man auch dafür sagen. Sprich, ihr nehmt euren Blattverband herstellen. Wie gesagt, ihr braucht die Blätter, nicht die Blüten. Wichtig, die Tabakblätter. Packt ihr dazu, kriegt da draus den Tabakverband. Hier haben wir auch schon welche. So, jetzt habt ihr einen Tabakverband. Die Stacken nicht ganz so schön, ist ja klar, weil da noch ein paar Sachen drauf sind. Ähm. Aber davon ein, zwei immer mitzuhaben, ist auch gar nicht so schlecht. So, keine Ahnung, ob es euch genauso geht, aber ab und zu, gerade wenn man mal ein bisschen schneller im Dschungel unterwegs ist, rennt man vielleicht mal schnell in eine Schlange. Äh, da ist er, ist der Tabakverband auch am besten. Wie gesagt, ist gegen Anti-Venom. Ähm. Gegen diese, äh, vergifteten Wunden ist sehr recht gut. Genau, die nächste Möglichkeit, die ihr habt, auch was, äh, ein bisschen das Gift angeht, ähm, sind diese großen Pflanzen mit diesen großen Blättern und diesen lilanen, weißlich bis lilanen Blüten. Ähm. Die erzeugen den nächsten Verband. Auch hier braucht ihr wieder die Blätter. Äh, steht dann da, hier, unbekannte Kräuter. Äh, Tabakblatt steht halt hier da, weil ihr im, äh, Tutorial, äh, an der, an der Wand von Jakes zählt. Ähm, wenn ihr das Tutorial noch nicht gespielt habt, dann, äh, Hashtag Spoiler. Ähm. Erkennt ihr die Tabakpflanzen, also die sind da dargestellt. Wisst dann, was ihr suchen müsst. Ähm, hier die unbekannten Kräuter, wie gesagt, braucht ihr herstellen. Wir brauchen wieder einen Blattverband. Ziehen unsere unbekannten Kräuter darauf und kriegen den Funkiensverband daraus. Zack. Ähm. Der Funkiensverband eignet sich grundsätzlich auch ein bisschen für vergiftete Wunden. Ich find den, den Tabakverband aber besser. Ähm. Der Funkiensverband ist, glaub ich, aber besser bei so, äh, wenn ihr diese, diese Ausschläge habt. Ähm. Ähm, wenn ihr irgendwelchen Ameisennestern oder so zu, äh, nahe gekommen sind. Oder, oder diesen Westmennestern. Ich glaub, da ist der besser. Ne, das ist halt die nächste Form des Verbandes. Gut, als nächstes brauchen wir, äh, für den nächsten Verband brauchen wir mal ein bisschen Lagerfeuerasche. Ähm, auch recht simpel, Blattverband. Ihr nehmt eure Lagerfeuerasche. Wie gesagt, die kriegt ihr, wenn ihr euer Lagerfeuer runterbrennen lasst, dann kommt da Asche und Kohle raus. Oder, wenn ihr in eurem, äh, Holzkohleofen da, äh, den einmal rausballern lasst, dann kommen da, glaub ich, drei Aschen raus und relativ viel Kohle. Ähm, und dadurch stellt ihr dann, wie gesagt, aus dem Blatt und dem, äh, der Lagerfeuerasche, stellt ihr dann den Ascheverband her. Ähm, der hilft euch grundsätzlich, wenn wir, ähm, wenn ihr Wunden habt und ihr, also bei größeren Wunden, die sich infizieren können, der, der ist quasi, ähm, hat so eine desinfizierende Wirkung. So, dass, äh, dass sich eure Wunden halt nicht infizieren können. Genau. Dann gibt's noch zwei weitere Verbände. Einen kann ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Dafür braucht ihr die Honigwarmen, kriegt ihr von den, äh, Insektennestern. Ähm, auch recht simpel. Wir haben wieder unsere, unseren Blattverband, gehen auf Herstellen, müssen hier den Tab wechseln und packen den Honig, äh, die Honigwabe mit dazu. So, und zack, haben wir einen Honigverband. Und der Honigverband, ähm, hat auch desinfizierende Wirkung, ist quasi noch mal ein bisschen besser als der, als der Blattverband. Wird, warte mal, wird er uns hier noch mal angezeigt, extra? Ähm. Äh, der Pflanze muss sonst wo nicht hier angezeigt werden. Genau. Desinfizierend, gesagt, gegen die infizierten Wunden, also um dem vorzubeugen. Ist auch wieder ein Antiseptikum und Antihistaminikum, sowie... Ähm, der, äh, der Funkienverband. Also antiseptisch ist halt, um eine Wundinfektion vorzubeugen. Ähm, Antihistaminikum heißt, ihr könnt den auch wieder auf diese, diese Insekten, auf den Ausschlag rauflegen. So. Aber das, genau. Äh, Wundinfektion. Wenn eure Wunde infiziert ist, äh, bringt euch... Äh, der verbannt, glaube ich, erstmal nichts. Sondern ihr müsst die, ähm, Wunde erstmal, also wenn sie wirklich infiziert ist, äh, müsst ihr die erstmal von Maden auffressen lassen. Äh, ja, Maden. Ähm, und dann könnt ihr, ähm, das tote Gewebe entfernen und dann hinterher den Verband draufklatschen. Äh, vergiftete Wunde. Ich. Oh, ich hatte hier noch nie einen Ausschlag. Das ist natürlich schade. Gut, aber ihr seht dann, wenn ihr den Ausschlag einmal hattet, der in eurem Speicherstand, äh, seht ihr das hier in eurem Tagebuch. Gut, ich hab gesagt, es gibt noch zwei Verbände. Einen hatte ich euch jetzt gezeigt. Das heißt, es bleibt theoretisch noch einer über. Äh, den kann ich euch leider Gottes nicht zeigen. Der letzte ist der, äh, Riesenspinnenverband. Also diese, diese, äh, äh, Goliath-Vogelspinne. Äh, wie das Vieh heicht. Ähm, wenn ihr die getötet habt und die dann abkocht, also nicht abkochen, sondern an euer Lagerfeuer hier braten lasst. Und die dann verkohlen lasst. Also nicht aufnehmen, wenn sie, äh, wenn sie gekocht ist, sondern wirklich bis sie verbrannt ist. Ähm, die mit dieser verbrannten Goliath-Riesenspinne und eurem Blattverband. Könnt ihr dann auch nochmal so ein Verband, äh, Verband herstellen. Verbrannte Goliath, äh, Riesenspinnenverband heißt der dann, glaub ich. Und der ist dann, äh, nochmal recht gut da, um, ähm, Infektionen zu behandeln. Äh, also, ich fehlt dann einfach. Oder es ist halt noch eine zweite Möglichkeit, um, beziehungsweise eine dritte sogar, um Infektionen zu behandeln. Hm, das heißt, ihr habt immer eigentlich irgendwie zwei Möglichkeiten, Sachen mindestens zu behandeln. Eine Vergiftung könnt ihr mit dem Tabakverband, der ist halt besser. Äh, mit dem Funki-Verband behandeln. Ähm, der Asche-Verband, der Honig-Verband und der Riesenspin-Verband sind dann quasi für desinfizierende Eigenschaften. Und insbesondere der Honig- und der Asche-Verband sind bei diesen großen, ähm, Schnittwunden. Oh Gott, ich bin durstig, nein. Sind bei diesen großen Schnittwunden immer recht gut. Also, wenn ihr euch mit Minyago und Puma angelegt habt, da zum Beispiel Schnittwunden davon getragen habt oder mit Einheimischen kämpft. Nee, was die doch da liegen. Hopp. Dann habt ihr die Verbände auch alle durch. Ähm, für diese großen Schnittwunden könnt ihr im Übrigen noch, ähm, wie zum Beispiel, also bei der Wundinfektion, äh, wenn wir das nochmal in unserem Tagebuch angucken. Und da steht's bei mir auch schon da, äh, könnt ihr Maden in die Wunde einsetzen. Ne, dann fressen die das tote Gewebe ab und nach einer kurzen Zeit könnt ihr dann da halt einen neuen Verband drauflegen. Da ist dann halt immer am besten, wenn ihr wirklich so einen antibiotischen Verband, der sorgt halt wirklich dafür, dass sich die Wunde nicht nochmal entzündet. Ähm, insbesondere können sich Wunden halt relativ fix entzünden, wenn ihr damit in, äh, relativ dreckig seid. Na, da hilft auch gelegentliches Waschen gegen. Äh, kann natürlich trotzdem mal passieren, dass sich eure Wunde entzünden. Ähm, genau, da könnt ihr halt Maden draufsetzen auf das infizierte Fleisch und bei diesen großen Schnittwunden, äh, könnt ihr Ameisen ran setzen. Die diese Schnittwunden dann quasi mit ihrer Säure irgendwie zumachen. Äh, sobald die da verschlossen ist, könnt ihr da auch nochmal Verband drum legen. Da auch am besten einen antibiotischen Verband, also Ascheverband oder so rauflegen. Dann halt die Wunde besser und infiziert sich nicht. Gerade diese großen Wunden, äh, können sich relativ einfach infizieren. Gut, äh, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für diese Folge. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, falls ihr noch irgendwas wissen wollt. Ich versuche euch das, äh, klar zu machen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, haut da rein! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!